Er ist eigentlich schon der Weltmeister, aber das heißt jetzt könnte er loslegen wie ein Berserker. Der Scheif, haben wir ihn auch schon gesehen, Venting, Beata. An zweiter Stelle die Cutlers, dritter Stelle immer noch Formika Schlöge, auf der Stelle die deutschen Meister Torres Gramsci, an fünf, dann die Slowenen und sechs die Russen. Und jetzt noch eine Minute Scheif. Das war's. Das war nicht der letzte Tanz, fünf sind es, aber jetzt kommt eben das No-Go. Zeitluppe aber noch einmal für Torres und Schlöge. Beide sehr, sehr elegant mit einer großen Ausstrahlung. Wir werden die beiden in der Samba noch einmal vergleichen können, die beiden deutschen Paare. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ein vierter Platz kommt hier raus, wenn auch eine sechsmal dabei ist. Das ist nicht tragisch. Ein bisschen enttäuscht sind sie da schon. Das war wohl ein Trost-Bussi. Und jetzt eben Vorbereitung für den Samba. Solo getanzt zum ersten Mal bei den Europameisterschaften waren. Schlegaand. Und jetzt wir schon fertig haben. Das ist eine Wohlverdämpath. Vielen Dank.